Dusty, man hat dich nun mal nicht als Rennen, sondern als Sprühflugzeug gebaut. Ist dir klar, was passiert, wenn du es zu weit treibst? Flügel flattern! Materialermüdung! Turbinenversagen! Turbinenversagen? Oh nein, ich stütze ab! Warum hab ich nicht auf Dottie gehört? Ja, warum hast du nicht auf Dottie gehört? Sie ist die schlauste Mechanikerin der Welt! Oh, bitte nicht! Was? Das Weisenhaus! Kinder, weg weg! Auf den Weg! Ka-boom! Die Kinder! Wow, das war heftig und so lebensnah. Und genau deshalb musst du uns zu der Qualifikation begleiten. Du bist echt unglaublich. Hast du das gehört? Ich bin echt unglaublich.